Du hast die ganze Schule, gib sie wieder her, gib sie wieder her. Sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schiebgewehr. Super gut, danke euch. Du hast die Schule, gib sie wieder her, gib sie wieder her. Das klingt wunderschön. Kinder, ihr seid spitze. Applaus für die Kinder. Sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schiebgewehr. Dieses Stück will ich einem ganz besonderen Vorbild widmen, aber ich sag euch gleich. Gib sie wieder her, gib sie wieder her. Sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schiebgewehr. Sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schiebgewehr. Sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schiebgewehr. Sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schiebgewehr. Du hast die ganze Schule, gib sie wieder her, gib sie wieder her. Sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schiebgewehr. Sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schiebgewehr. Sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schiebgewehr. Und das wird der Jäger holen, das wird die Küche sein. Sei so gut, lieber Fuchs, die Küche ganz bitte wieder. Volliger Diebstahl, im deutschen Wald gab es einen Gesamtpär. Vollige Gesetzlosigkeit, Fuchs, du hast den ganz gestohlen. Bitte, gib sie wieder her. Bitte, lieber Fuchs, gib sie wieder her. Oh, Fuchs, bitte. Schön, dass es dich gibt. Mit dem Schießgewehr. Schießgewehr, schön, dass es dich gibt. Oh, das wird dich da. Oh, ja. Mit dem Schießgewehr. Schießgewehr, schön, dass es dich gibt. Dankeschön, liebe Schießgewehr. Danke, liebe Kinder. Bitte. Super. Applaus für die Kinder. Wie heißt ihr denn alle? Nina. Alida. Ali. Mira. Ich würde sagen, das ist die neue Popstars-Besetzung. Applaus für euch hier. Super wart ihr.